Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Isle. Heute spiele ich zusammen mit BlueSucho den Trodon. Der YouTube- und Twitch-Kanal von BlueSucho ist unten in der Videobeschreibung. Schaut da gerne mal vorbei. Und jetzt geht's direkt los. Ja, hier war ich halt noch nie. Ich nicht? Nee, das ist voll der coole Ort. Diesen Baumstamm da oben drüber. Ganz schön. Ja, hier sind die Stegos auf jeden Fall. Oh, hier am Strand, okay. Ja, aber Stegos sind ja kein gutes Ziel. Wir brauchen eben was Kleines jetzt. Oh, das ist der Hübsi, ja. Oh nein. Oh, der Stegos hat fast reingehackt. Ich hab ihn auf jeden Fall schon einmal getroffen mit einem Pounce. Den Hübsi, der ist jetzt da unten. Das ist von den anderen Stegos. Ja. Oh, what the fuck. Wir wollen desink, alter. Weil ich einen Hübsi gepounce hab, der gar nicht bei mir war. I love it. Okay, ich bin auch tot. Die haben mich einfach totgebissen, die Stegos. Mit einem Biss. Okay. Oh, der schwimmt. Oh nein. Das Wasser ist natürlich ätzend, ne? Oha. Das ist aber gut badbar. Na, der ist denn schon zweimal gepounced. Das war gut. Dreimal. Ich kann deine Einladung nicht an... Oh nein. Ich war gerade mit der Einladung überfordert. Ich geh den mal ein bisschen beschäftigen. Ja. Ich bin noch einmal gepounced. Geht ins Wasser. Er hat sich kurz hingelegt und ist wieder aufgestanden. Das verbraucht auch Ausdauer, wenn er schnell aufsteht, ne? Ne, nicht mehr. Ach, gar nicht mehr? Okay. Oh mein Gott. Ich habe noch einmal gepounced. Da muss man sich echt dran gewöhnen. Das geht so flink mit dem Trow dann alles. Ja. Ein falscher Move und ist vorbei. Ich war mit dem Charge. Meinst du? Trifft uns doch niemals mit dem Charge. Jetzt rennt er in die Klippe. Er will sein Altbeibus machen. Oh. Boah. Ich habe einmal kurz nicht aufgepasst, weil ich auf die Klippe springen wollte. Fast gestorben. Wieso nicht, mein Freund? Wieso nicht? Er geht jetzt in den Dschungel. Versuche ihn aufzuhalten. Oh. Was war das? Das war irgendwie ein Fail Pounce. Sehr gut. Wo ist denn jetzt reingegangen? In so eine kleine Feldspalte. Kannst du da von hinten kommen? Boah. Ich weiß es nicht, ne? Oder von oben? Jetzt über ihm. Der sieht schon angeschlagen aus. Auf jeden Fall. Oh, das war's mit dir. Ah, egal. Hol den. Den holen wir trotzdem. Ja. Du kannst ja wiederkommen. Ist das so verschwollt da raus oder ist der immer noch im Ding drin? Ne, ne. Der ist raus. Oh nein. Oh. Warum klappt denn das Pounzen gerade nicht? Wieder nicht geklappt. Hä? Ich pralle irgendwie gegen ihn und dann... Findest du bergauf? Ja, es ist auf einer Schrägen. Ja, da... Oh, da ist ein Tenno. Oh, bitte mach ihn weg, Tenno. Er ist jetzt wieder in der Spalte. Er sitzt... Oh, was soll ich machen? Wo bist du? Von hinten. Okay. Lenk ihn ab von vorne. Er ist aufgestanden. Ich bin auch angesprungen. Oh nein. Oh. Okay, wir haben nochmal zwei Pounzen es geschafft. Hey, er saß bei mir. What the fuck? Er saß nicht bei mir hingesetzt. Ich glaube, der kann so schnell aufstehen wieder. Aber er hat keine Animation. Alles gut. Wir haben ihn noch. Lol. Das wird schon rausgeschnitten. Ich glaube, ich sterbe. Ach, Quatsch. Oh nein. Och. Tot? Nee. Aber der Pounce klappt immer nicht. Schon wieder nicht. Aber ich hätte ihn trotzdem, glaube ich. Also ich mache ihm, glaube ich, Schaden. Der ist richtig stark am Bluten. Der ist wieder in seiner Feldspalte. Er hat sich wieder hingelegt. Ich versuche es aber zu verhindern, dass er sich hinlegt. Warte, da bist du schon wieder. Oh. Oh. Ich habe keine Animation bei mir. Er schlittert einfach nur auf. Bluten. Okay, Double Pounce. Perfekt. Der muss Solo sein, ey. Blute. Schade, dass der Tino nämlich einfach weggeklatscht hat. Ich Hunger halt, ne? Ich bin echt hungrig. Oh. Bin nochmal rangepautzt. Ja, geht. Gepackt. Da dran. Er geht runter. Er geht an einem Baum. Ja, ich sehe es. Den Schrägen ist es echt schwer zu pounzen. Oh. Oh, da kommt wieder Tenos. Der ist richtig low schon. Wo bist du? Bist du tot? Ne, wir sind nicht in der Gruppe, ne? Du hast mich gebissen. Ja, tut mir leid. Ich habe halt Hunger jetzt. Müssen den irgendwie down kriegen. Nach fünf Minuten hast du noch. Steht man in fünf Minuten, wenn man down ist. Wo bist du? Du musst dich heilen, ne? Ich muss kurz ein bisschen Blutung heilen. Ich bin ja. Der Tenor kommt. Der Tenor kommt. Das war ja. Ich glaube, der finisht ihn jetzt. Ja. Ich glaube, das war es mit ihm, oder? Wir haben uns dann erstmal so gut wie es geht an ihm satt gefressen. Aber ich muss eben eine Anmerkung machen, denn eigentlich ist das, was wir gemacht haben, gar nicht erlaubt auf dem Server. Also man darf nicht, wenn man stirbt, wieder zum gleichen Kampf gehen und weiter kämpfen. Deswegen, sorry, Carlo, du bist hier der Sieger der Herzen. Ja, ich sehe sie da vorne am Strand sitzen. Ja, ja, ja. Sollen wir auf das Baby gehen? Einer ist auch im Wasser da. Ja, es ist halt schwierig, ne? Mit so einer Riesenfamilie. Ja, vielleicht hiebten die ja das Baby. Meinst du? Das sind Stilgospieler, die haben kein Gehirn. Oh nein! Oh, ich... Ich bin direkt reingestammt in den Großen und hänge dann fest. Oh. Ich habe schon mein Leben an mir vorbeizischen sehen. Natürlich gehen wir jetzt ins Wasser. Wo sind die Crocs, wenn man sie braucht? Ist halt echt so. Oh, es ist ein Nervenkitzel mit diesen Riesen Hitbox-Viechern, ne? Schwitzige Finger. Ja. Oh nein. Oh mein Gott, Alter. Ich hing noch... dran. Oh, das ist aber gepouncet, das Baby. Ja, aber ich habe Schaden bekommen. Echt? Ich bin nicht dran gepouncet bei mir. Oh, ja. Das ist immer so buggy. Da bin ich abgefallen. Oh mein Gott. Ja, ich bin ein Wornhit jetzt, ne? Hm. Das Baby ist auf jeden Fall vergiftet. Jedes Mal Panik getroffen zu werden, egal wie weit ich weg bin. Ja, ja. Ich auch. Ich super. Aber ich will halt nochmal ranjumpen eigentlich. Ich habe schon Bock. Boah, jetzt heben sie alle die Schwänze. Oh. Das ist halt so. Ein kleiner D-Sink und man ist hops. Oh, sehr gut. Sehr schön. Mal wieder ein bisschen Gift auf den drauf gemacht. Oh, Suche, ey. Du riskierst es aber auch. Oh, ich traue mich nicht. Ich traue mich nicht. Oh nein. Ja, da war wieder ein Fail Pounds. Ja, das hat bei mir in der... Das hat gerade ganz komisch was von mir. Ich darf gerade keinen Stilgebleiben, Björn. Ich bin einfach umgefallen. Ich bin gerade auch ganz komisch gepounced. Why? I love it. Ich habe wieder den Pounce nicht hinbekommen. Keine Ahnung. Wie on ist? Ich glaube, ich warte, bis der Thronon sein Kid uptet, und dann spiele ich Thronon wieder. Wieso willst du jetzt nicht mehr spielen? Thronon ist halt... Man kriegt halt nichts gerissen, ne? Ja. Der Pounce ist verbracht. Wir bräuchten halt mehr Leute. Könntest du ja Weibchen jetzt spielen. Gar nicht bei dir spawnen, ne? Ja, ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich habe das Gefühl, der Pounce ist gerade richtig verbuggt. Ich komme gar nicht mehr an den Rand, an den kleinen Stego. Schon wieder. Also ich springe halt ran, und dann... fliege ich direkt runter. Keine Ahnung, was hier los ist. Oh, die hocken sich jetzt hin mit dem Baby. Ich glaube, das Baby muss hielen. Das hat, glaube ich, schon gut was abbekommen. Tja, ihr könnt nicht zuhacken, wenn ihr in dem Baby steht. Natürlich blöd, ne? Ob wir sie einfach nicht zuhacken können? Das ist so schön. Erlaubt, mein Dickerchen. Oh, ich wurde auch gehittet. Ich habe nochmal ein bisschen Gift auf den einen gewirkt. Oh, jetzt bin ich... Oh, ich bin gerade... Was war das denn? Ich bin gerade von den einen an den anderen gepounced. Und dann abgesprungen. Wie gut war das denn? Das war der Double Pounce. Ich habe das Baby gekillt, glaube ich. Ja. Das Baby ist down. Mission accomplished. Haha. Da seid ihr Babylos. Sie verziehen sich sogar. Also die Bodycampen nicht. Ah, das ist auch tot. Okay, ich habe sogar jetzt noch ein kleines Croc gekillt. Oh, hier ist was. Nein, das ist ein Croc. Oh, nö. Es frisst gerade ein anderes Croc hier. Hier ist noch ein großes Croc. Was geht denn hier ab? Faltet das jetzt, das Croc? Hab's tot. Ja. Ja. Ja, es ist schon lila vergiftet. Wenn du kommst, können wir das noch ein bisschen machen. Mal fighten. Das chillt hier noch am Land. Ja, ich mach da gar keinen Schaden. Ich habe es schon fünfmal gepounced oder so. Groß oder klein? Es ist ein relativ großes, also so mittel. Ich glaube, es hat aber keine Ausdauer. Es macht gar keine Alt-Attacke. Alt, ich kann es auch ohne Ausdauer machen. Doch. Okay, mach da doch. Wir sind jetzt unten am Sumpf angekommen, wo wir den Dibbel gesehen haben. Das leuchtet ja nicht mehr, Lila. Geht das so schnell weg, das Gif? Ja. Oh nein. Einen schlechten Pounce, ich bin tot. No way. Ja, doch. Also ein größeres liegt da und das andere war genauso groß, was ich noch ins Wasser getrieben habe, was mich gekillt hat. Dann sind die verdurstet einfach. Oh Gott. Ich glaube, ich sterbe. Ja. Ich bin richtig weit geslidet, die Klippe entlang. Oh, was ist hier los? Ich habe Texturen. Achso, das ist doch schon lange, oder nicht? Mit den Würfeln. Bin so selten hier drin. Man merkt, dass du nicht mehr gespielt hast. Ich weiß mehr über das Spiel, als du aktuell. Was geht hier ab? Ja. Oh, alles okay bei dir? Ich fühle mich nicht wohl. In the aisle? Mir geht es nicht gut. Kopfschmerzen. Echt? Nein. Schade. Oh mein Gott. Er bleibt ja noch stehen. Du musst doch nicht so gemein sein. Was hackst du mich denn? Mensch. So alt ist. Aber weil die Lose auch nicht so nice sind. Und die kann man wenigstens gut checken. Oh, da war was, oder? Ja, das ist der Kano. Wo ist der? Da. Oh mein Gott. Der ist tot. Der ist down, oder? Ja. Sehr gut. Was haben wir denn hier? Oha. Was? Hat sich das getroffen? Ich weiß, es hat nur gequiekt. Da bist du tot, oder? Also essen brauche ich jetzt nicht. Das ist eh unser letzter Fight, oder? Hier unten ist was? Ein kleiner Dibbel. Häng dran. Oh, jawohl. Schnapp ihn dir. Dahinter kommt noch was. Vorsicht. Herrera. Ich habe ihn aber auch gekillt dabei. Das war Double Kill. Geht's dir gut? Ja, ich bin rot. Oh no. Ich habe ihn gepounced, ihn gekillt, und du hast mich dann runtergekillt. Ja, glaube ich auch. Aber lass mich in meinem Glauben, dass ich die Maschine bin. Wir Babykiller. Ja, hier oben, vor uns. Genau, wo ich rauf drüber laufe. Was ist da? Da ist was im Busch. Was Größeres. Ich sehe da nichts. Was ist da drin? Ist gerade reingecroucht. Dann Zera. Ja. Mein Pounce hat wieder nicht geklappt. Rot, ne? Der ist sauer. Wo ist meine Mates? Wo sind meine Mates? Bin ich da. Jetzt ist hinter mir her. Der ist ja schneller als wir. Ich war auch dran, und dann war ich tot. Du bist voll zum Maul reingesprungen. Echt? Bei mir nicht? Ich hing erst an der Seite und wurde dann zurück teleportiert in seinen Maul. Oh, wie bitter. Du musst es jetzt regeln. Ob Blusucho das noch geschafft hat, das werden wir wohl nie erfahren. Doch ihr könnt es tatsächlich erfahren. Ihr müsst einfach nur in der Videobeschreibung vorbeischauen. Da ist der YouTube-Kanal von Blusucho verlinkt. Da wird zeitnah das Video hoffentlich erscheinen, aus seiner Sicht. Und da könnt ihr dann sehen, wie der Kampf ausgegangen ist. Falls euch dieses Video gefallen haben sollte, würde ich mich auf jeden Fall sehr über ein Like freuen. Und schreibt auch gerne in die Kommentare, welchen Dinosaurier ihr als nächstes sehen wollt. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy. Ich wünsche euch jetzt noch einen Tag.